Hey und Willkommen zu einer und unter Overwatch. Heute haben wir ein paar besondere Gäste dabei, nämlich Paul, Reggie und Lukas. Das ist doch eine Bewertung da und viel Spaß. Drachengeist, du bist dran. Pokémon? Nein, das wäre Yu-Gi-Oh, was du gesagt hast. Ich meine Pokémon mit Drachengeist. Browser, dich gibt's zweimal. Oh, ich hab... Ich dachte jetzt er gerade an, du bist dran. Achso, nee. Er hat halt erst Drachengeist gesagt, deshalb. Ich bin der weltschlichste Hanse, wieso spinne ich die überhaupt? Obwohl, ich hab... Ich mag mich mal auch. Weil ich Merci fast getötet hab. Was schießt ihr auf mich? Ah. Hey Mann. Ah! Ich bin aus Mecke raus. Oh, sehr low. Dort, dort. Ich hab grad vergessen, dass Paul meine Mercy ist. Wieso krieg ich keine Last jetzt? Ach, ich hab den Scheiß nicht reflektiert bekommen, bin ich doof. Na egal. Kennen Sie hier? Browser. Geh noch mal ne Aufwärmrunde. Ich hab noch alle Entschuldigungen offen. Uh, ich hab mir nen Kopfschluss verpasst. Wie hast du deinen Mac bald wieder? Oh, Sorge. Da geht das. Was krankt er mich an? Aua. Ja, voll mich wieder. Ja, voll mich wieder, Paul. Hör mich wieder, Paul. Hör mich wieder, Paul. Hör mich wieder, Paul. Hör mich wieder. 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 Hab was getötet. Will nur, dass du killst. Achso. Alles klar. Aber ich bin gleich. Also ich muss sagen, ich breine aus welchem Grund auch. Komm, lieber zurück, komm zurück, bitte. Alles gut. Kommt ihr richtig. Alles so. Du stürst halt. Du stürst halt. Du stürst halt. Meinst du mich? Ja. Ach, meine Kekse haben auch kein gestürt. Das ist was gegen meinen Husten, sonst wird die Aufnahme scheiße. Achso. Ich hab schon neulich Silv gemacht. Oh, schon. Ich hatte sechs. Und fünf Silvorschuss. Okay, jetzt mhm, mhm, mhm. Jetzt kriegen wir an mit unseren großen Goldmedaillen, hä? Gute Ende. Komm, bitte. Komm, bitte. Du stirbst du jetzt nicht? Nein. Hier ist doch keiner. Achso. Ich flieg da hin vielleicht. Du hast es geschafft. Was ist gut, Jungs? Oh, Leute. Du bist doch kein Enttäuschender für die Familie. Du bist eine Enttäuschende für die Familie. Hier. Mann, du meinen. Man hat sich versucht, der versucht sich vor deiner Ulti zu verstecken. Du nicht sogar eigentlich der, der mich getötet hat. Und versuch? Ja, weil ich dich töten sollte weil Papa dafür will. Was hat das schön, dass das ein Ulti? Ach komm, ich konnte Papa eh nie leiden. Oh, dann sage ich ihm. Ich weiß es gar nicht. Ich grüß den Typen nur. Und er greift mich an. Der wieder ist, der 20% Untersch들. Iiiiih. Ich hab 74. ich habe gerade geholtet man ja ich glaube es sind die man erwischt kriegst du direkt und schwarz sicher aber ich würde gewonnen verdammt ich dachte dass der der die Sonne ist ja aber das ist egal ich bin Genji möchtest du dort oben die Dings töten ich über die Mäcke ich habe ihr Leben schwierig hatte für Leben ja sobald du dann halt kannst ja ist jetzt gerade tot Genji kannst du bitte weggehen Dankeschön ich habe meine doofe Idee ich versuche es aber es ist ganz schwer mit dem Leben nicht zu sterben das heißt wohl dass es ein guter Genji ist ich habe ihn gerade erschossen also ein guter Genji hätte dich erschießen lassen also ich hatte nur 133 Leben deswegen war es ein bisschen schwer die Ulf 15 Leben weißt du ich kann nicht einfach Heilung geben wenn du nicht da bist wo du sein solltest wie hat der Genji nur äh heal heal weil es mich nicht wiederbeleben dürfen ich bin eine Schande für die Familie Leute Aua ich werde ich werde gefokust ich kann nichts tun na gut da wurden wir gerade alle geultet aber ich muss sagen gerade als der Genji wiederbelebt wurde habe ich einen einzigen Feind geschossen und er hat bevor der Feind ihn getroffen hat reflektiert geht bitte nicht alleine rein da ist so jetzt schon ich will nicht immer noch endlich haben wir können ich bin hier nicht mehr Klettern machen aber der Mäcke das war ein Schuss ich nicht erwartet sich in die Glechtung gehen die Glechtung was ist dann wenn ihr rein hat also nachdem ich wie ein gene getötet hat mit zwei gene getötet habe habe ich gekauft ist doch gut oder ja ich hab sie ich hab sie uns geht er erwischt wie oft noch warum hat er so oft seine ulti das ist doch uncool versteckt mich hier ich glaube ich dauerhaft aber vorher kann das sein wie sowas gegen das schmutz genäßig und sie sagen sollten bei der leuchtung aber auch wieder und handel voll leute genau sein wie der ist was mich schon also übte wird es nicht schaffen welche gleiche der stunde noch einen wie naja jetzt kann ich wünschen nachdem ein protest von uns gegangen da kann ich so schlimm für dich du hast du so ich den auto bekomme ich zu töten stimmt so schlecht du bist die war du solltest vielleicht mal ich habe ich lebe noch so lebe ich noch jetzt nicht was weiß ich nicht ich habe einen fall geschossen wie gedacht ich sei tot ich weiß warum wir die ganze zeit um der genji die ganze zeit brennt die goldwache schaden und übergold in sich also unseren namen versucht sich zu beschützen ich habe mich selbst zum zweiten mal vielleicht solltest die wünschen nein ich habe goldschaden ja und was prägt den goldschaden wenn du die ganze zeit trotzdem stürzt und wir verlieren warum kriegt er so oft dann bitte seine ulti das ist so nervig es ist ja nicht so schwer die ult zu bekommen muss eigentlich nur schaden machen ist ja auch eine idee aber ich habe den genji wieder weg ab die amerika jetzt schottet du bist du ich wieder die tüte mich doch gleich überlebe akkulol oma ja auch immer das war dankeschön mein held du bist mein held super ah mann ja scheiße ah jetzt hat er mich gekriegt ah ich war leider zu spät warum sind die gegner eigentlich so scheiße ist das ja schrecklich pass ein bisschen mehr auf dich auf mann hilfe wie soll ich denn bitte auf mich aufpassen wenn die widder auf mich zielt da kann ich nichts machen versteckt ich konnte nichts machen hallo der ist gewonnen hittet wüsste ich mal dass sie da war da fehlt euch ich bin du bist du hast du alles über mir alles alles vor mir und der geht halt auch nicht ja du bist man sieht es ist einfach der einzige Grund es ist ja das ist der Grund bis zu welchen sein Ziel gehalten ja ich kann einziger Heiler sie kennt so blöde Genji ach da ja was soll's nein wir brauchen nicht ja aber versuch dass ich nicht im Widows Schussband stehe das kann ich nicht verhindern ich hatte mich mit der Mine gedüllt Widow kann überall hin und Junkrat auch ich krieg zu viel Widow wurde angeschossen es tut mir leid aber kann mir vielleicht noch kann noch vielleicht jemand ein Heiler spielen wie oft hat dieser Genji seine Ulti wenn ich nämlich der einzige Heiler bin dann kann ich nichts tun und wenn die drei Ohren haben kann ich nicht mal richtig meine Ulti machen weil leider ist diese oder echt gut ich habe es erschossen schön ich habe den ja wow war das eine Sterbeanimation das war keine Animation das war ja das ist die Widow das ist die Widow oh man Hilfe 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 auch passende Genji Aua ich bin ja hab mich getötet nicht vom Kart weggehen nicht vom Kart weggehen was auf sich auf geht Fliko 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 voll so er hat nur mich gedacht ich bin auf dem Weg ja ich brauche eine ich brauche eine ich brauche was bin auf dem Weg boah ich habe Genji während des Dash ist ja nicht ich hab den Genji sehr schön wir schafft es sogar noch die Widowmaker oben immer noch versuch sie zu bekommen ist gleich tot du bist gut oh wir haben gewonnen oder oh mein Gott ich hab die Widow erschossen easy zo vielen Dank fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen was er das getan hat lasst doch eine bewertende lass doch ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal